Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Street Fighter 5 mit eurem Spooky. Yeah! Und es ist gerade frisch aus der Presse und ich wollte heute meinen ersten Kampf mit euch gemeinsam bestreiten und dafür gehen wir einfach mal in den Survival-Modus. Und wir spielen mal auf leicht, denn hier ist einiges anders und wir spielen natürlich mit Ryo als erstes. So, Outfit-Standard, mehr haben wir nicht, oder? Ne, ich glaube nicht. Oh, oh gut, Farben haben wir auch nicht ausgewählt. Immer wenn du eine Stage abschließt, erhältst du Punkte. Alle 10 Stages bekommst du sogar einen Score-Bonus. Mit Kampfboostern bleibst du länger im Spiel. Ich bin gespannt. Es war kurz vornendran so ein bisschen Training, wo die Knöpfe erklärt wurden und jetzt hat man einen V-Modus. Das ist also ein bisschen anders. Es gibt nicht diese Focus-Detacks anscheinend mehr. Und ich bin gespannt, wie sich es jetzt kämpfen lässt. Gegen wen kämpfen wir denn? Kenn ich gar nicht den Typ. Nash! Ah, doch! So. Der hat uns direkt mal hier gegriffen. Alter! Ja, das ist das, was ich meine, im richtigen Moment. Aber ansonsten ist es noch so gleich. Oh Mann. Allerdings fehlt mir ein bisschen die Focus-Attack. Jawoll, da haben wir unseren ersten Sieg errungen. Wunderbar. Und ansonsten muss ich eben auch noch gucken, was man alles so machen kann. Kampfbooster. Was ist denn das jetzt? Du hast keine Booster? Gesundheitsregeneration hoch. Was ist denn jetzt los? Deine Score reicht für einen Kampfbooster nicht aus. Okay, dann holen wir einfach mal den hier. Keine Ahnung, was das war. Was ist denn jetzt los? Oh, und wir erweilen auch unsere Gesundheitsenergie. Oh, das sehen wir auch schon wenigstens mal ein paar von den neuen Charakteren. Sehr schön. Und ich finde den Look des Spiels richtig geil. Gefällt mir richtig gut. Yeah! Auf den Boden geschmettert! Die Alte! So, immer noch nicht genug Score oder was. Doch, wir können hier irgendwas kaufen. Aha. Score-Shanks minus 1000. Ah, völlige Gesundheitsregeneration. Ah, wir können hier einen Booster benutzen immer. Ah, da holen wir mal einen Punkte-Bonus. Das ist Kennen. Cool, den hätte ich gar nicht erkannt, ey. Das sind ja viel... Alter, direkt gestunt. Was ist denn jetzt los? Das gefällt mir gar nicht. Schlecht für uns. Alter! Ey, was ist denn los mit dem? Warum stunten die uns laufend? Müssen wir aber Gas geben. Ja, sehr schön. Schon wieder gestunt. Scheiße. Jetzt wird's eng. Alter! Nee! Jawoll! Knappe Geschichte hier. So, können wir jetzt... Jetzt können wir vollständige Gesundheit heilen. War's doch, oder? Haben wir das jetzt überhaupt gekauft? Oh Mann, wer sind das, Alter? Ja, genau. Jetzt haben wir wieder vollständige Gesundheit. Cool. Also, Survival-Modus gefällt mir schon mal. Ah, verdammt. Jawoll! Das ist ein Perfekt, oder? Unser erstes Perfekt, Leute. 100 pro. Aber das steht hier gar nicht so. Gesundheitsregeneration brauchen wir nicht. Critical Coach können wir auch hier voll machen. Und ich glaube, die kaufen wir uns einfach mal. Was auch immer das ist. Oh, Mirror Match. Real versus Real. No. Ah, das andere wäre das... Das ist das nämlich. Das Critical. Ja, sehr schön. Also auf leicht geht's auf jeden Fall. Da sind wir schon richtig gut dabei. So, jetzt können wir mal dieses Vigouch da auch voll machen. Denn dann können wir diese Ultra-Kombo quasi machen. Check that ass. Laura. Oh mio, Signore, Laura. Nein. Soll sie es nicht treffen? Das ist eine... Was auch immer das jetzt ist. Das ist jetzt irgendwie stärker oder was? Ein V-Trigger. Keine Ahnung. Das ist also keine so richtige Ultra-Kombo mehr. Weiß ich noch nicht genau, was es bringt. Werden... Werde ich wohl noch erfahren. So, jetzt könnten wir hier eine niedrige Gesundheitsregeneration kaufen. Oder eine stärkere Verteidigung. Ja, ich würde schon gerne die niedrige kaufen. Damit wir eben einfach das Ganze überstehen können. Der erste Eindruck ist ja schon mal richtig geil. Das Spiel macht richtig Bock. Boah, die, Alter. Was sind das für ein cooler Charakter. Fettsack. Voll auf die Schnauze. Jawoll. Jawoll. Jawoll, ich wollte nämlich unbedingt mal mit dem Shouyuken ausmachen. Das ist viel zu wenig benutzt. Aber schön gemacht. Voll gepackt, ey. So. Ja, wir dürften eigentlich nicht so viele Punkte verbrauchen. Erhöhte Angriffskraft. Komm, machen wir das mal. Oh. Ja, da bin ich mal gespannt. Fang, das ist nämlich der Neue. Das wollte Sam Samuel von Games Motion, dass ich den spiele eigentlich bei Street Fighter 4. Ging schlecht. Ja, die sind sehr inaktiv. Oh. Aber manchmal machen sie hier aber auch ein ganz schön Demoli. Aua. Yeah. So, ich glaube, zehn Stages waren es, ne? Wir kommen jetzt in die neunte. Und dann machen wir doch mal noch eine Gesundheitsprägeneration Mittel, hoffentlich die letzte. Es ist natürlich, holt uns das alles Highscore-Punkte weg. Ja, denkst du, Karin? Sehen wir ja. Aua. Er hat auf jeden Fall mal den ersten drüber gelandet. Alter. Ei. Hör auf. Alter. Er ist auf. Yeah. Ja. Boah, das war aber knapp, ey. Ich glaube, da brauchen wir doch noch eine Gesundheitsregeneration. Nur eine niedrige? Oh, wow, wow. Hoffentlich packen wir das. Jetzt kommt bestimmt Beisen, oder? Ne, was ist denn das? Boah. Boah, das ist dieser Neue. Alter, ist der cool, ey. Boah. Necally. Nein. Er darf uns nicht so oft treffen. Vorsichtig. Jawohl, der war schön. Jawohl, das war's. Boom. Hadouken voll auf den Latz von vorne geknallt. Jetzt müssten wir es eigentlich gepackt haben, oder? Jawohl. Wir haben Survival überlebt. Auch leicht, liebe Freunde. Und damit möchte ich mich auch ganz gerne. Farbe Rio Standard 3 jetzt verfügbar. Okay, Farbe freigeschaltet. Und das Outfit grönt den Kampf. Du hast eine Trophy erhalten. Ja, und da haben wir unsere Score, ne? Auf leicht. Da seht ihr das immer. Die Zeit. Und die Score. Und das kann man dann natürlich auch schön verbessern. Und ich hoffe, das hat gereicht für einen kleinen Einblick in das Spiel zu gewähren. Da wird's natürlich weitergehen. Da werden wir noch andere Sachen machen. Ich muss erstmal noch das Update laden für die neue Version. Ist heute Release, aber trotzdem schon Update. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Euer Spooky mit Street Fighter 5. Bye, bye, bye. Hadouken.